Hier präsentieren wir die 5 besten Barcode Schanner Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. Wir möchten an dieser Stelle besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis, die leichte Handhabung, das handliche Desichen und das automatische, kontinuierliche Schannen hervorheben. Die hier genannten Kritikpunkte sind Punkte, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, bevor du dich entschließt dieses Produkt zu kaufen. Wobei zumindest Geräte, die innerhalb kürzester Zeit defekt sind, in der Regel garante Fälle sind, die für dich in keinen weiteren Kosten resultieren. Bei Nummer 4. Wir möchten an dieser Stelle besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis, die gute Erkennungsrate, das handliche Desichen, die Akkulaufzeit und die einfache Treiberinstallation hervorheben. Besonders die große Anzahl an positiven Rezensionen zeigt, dass das Gerät bei vielen Personen sehr gut ankommt. Die hier genannten Kritikpunkte sind Punkte, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, bevor du dich entschließt dieses Produkt zu kaufen. Wobei zumindest Geräte, die innerhalb kürzester Zeit defekt sind, in der Regel garante Fälle sind, die für dich in keinen weiteren Kosten resultieren. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Wir möchten an dieser Stelle besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis, die USB-Verbindung, das handliche Desichen, die Reichweite und die Tatsache, dass man keine Treiber installieren muss, hervorheben. Besonders die große Anzahl an positiven Rezensionen zeigt, dass das Gerät bei vielen Personen sehr gut ankommt. Negativ, also mit einem Stern oder mit zwei Sternen, wird das Produkt aktuell in rund 4% aller Rezensionen bewertet. Negativ angemerkt wurden folgende Punkte. Mangelnde Scan-Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Geringe Scan-Abstand. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Wir möchten an dieser Stelle besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis, das handliche Desichen, die Akkulaufzeit und die Bluetooth-Verbindung hervorheben. Besonders die große Anzahl an positiven Rezensionen zeigt, dass das Gerät bei vielen Personen sehr gut ankommt. Die hier genannten Kritikpunkte sind Punkte, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, bevor du dich entschließt, dieses Produkt zu kaufen. Wobei zumindest Geräte, die innerhalb kürzester Zeit defekt sind, in der Regel Garantiefälle sind, die für dich in keinen weiteren Kosten resultieren. Und kommen in eins unserer Liste. Wir möchten an dieser Stelle besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis, die USB-Verbindung und die Erkennung und Geschwindigkeit beim Schannen hervorheben. Wenn dir diese Punkte wichtig sind, wirst auch du mit diesem Gerät zufrieden sein. Punkt negativ, also mit einem Stern oder mit zwei Sternen, wird das Produkt aktuell in keiner Rezension bewertet. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.